Wie eigentlich immer war die gestrige Fettssitzung eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die Kurse rauf, runter, runter, rauf, runter, rauf, am Ende dann runter, weil der gute Cheromi Paul, und der hat sich wirklich sehr viel Zeit gelassen, dann ziemlich am Ende gesagt hat, nö, also im März Zinssenkung eher unwahrscheinlich, das hat dann die Zinseuphorie der Märkte doch empfindlich gestört, die Aktienmärkte mit einem Abverkauf S&P 500 mit dem größten Tagesverlust seit September. Die Magnificent Seven, also die großen Tech-Aktien mit dem schwächsten Handelstag seit Dezember 2022, also seit mehr als einem Jahr. Was ist da passiert, warum ist es passiert, was ist zu beachten, wie geht es weiter und alles, was Sie schon immer über das Leben wissen wollten, jetzt in diesem Video. Wir starten mal mit dem Statement, das ja gestern um 20 Uhr kam und da war schon der erste hawkische Dämpfer. Das Komitee erwartet nicht, dass es angemessen sein wird, die Zinsen zu senken, bis man ein größeres Vertrauen darin hat, dass die Inflation substanziell Richtung 2% geht. Die Märkte erst mal so, boah, Hub und dann allerdings wieder sich gedacht, ach, lass die doch reden, der Cheromi, der wird dann auf Geheiß von Janet Yellen wahrscheinlich deutlich dovischer klingen. Dann ein Auftritt von Jérôme Paul. Hier sehen wir mal die Wahrscheinlichkeiten für die Zinsentwicklung bei der nächsten Sitzung im März. Also 20. März ist die nächste FED-Sitzung. Und nach der FED-Entscheidung war die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben auf der März-Sitzung, höher. Nämlich mit 54,7%, nur 43,9%, dass die Zinsen sinken werden. Also schon eine hawkische Message durch die US-Notenbank in ihrem Statement. Dann während der Pressekonferenz von Cheromi Paul hat sich das Ganze wieder komplett umgedreht. Plötzlich 57%, Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung nur 41%, dass die Zinsen unverändert bleiben, weil man Cheromi Paul ein bisschen dovisch verstanden hat. Paul hat gesagt, ja, ich denke, wir sind am Peak bei den Zinsen, wenn, wird der Weg nach unten gehen, wir sind dataabhängig und so weiter und so fort. Die Märkte, also siehst du, er wird doch die Zinsen senken, er sagt es nur noch nicht so direkt, also die Wahrscheinlichkeit wieder verschoben. Dann aber die Aussage von Paul, ich glaube nicht, dass eine Senkung der Zinsen bei der FED-Sitzung im März wahrscheinlich ist. Und booms, dann war es vorbei mit der Euphorie zuvor, hatte schon das Statement der FED ja auch gesagt, oder hatte einen Passus gestrichen, interessanterweise. Nämlich diesen Passus, slowing from its strong pace regarding the economy, also die US-Wirtschaft, nicht mehr verlangsamte, nachdem wir ja die stärkeren BIP-Zahlen aus dem letzten Quartal gesehen hatten. Also Paul hier mit der kalten Dusche für die Märkte und siehe da, nach der Pressekonferenz von Jerome Paul, also unmittelbar danach, dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben, 64,5%, nur 35%, dass die Zinsen sinken werden im März. Also relativ am Schluss hat der Jerome dann die Pauke ausgepackt und damit die Aktienmärkte nach unten gebracht. Die waren nicht amüsiert. Die FED hat trotzdem, sagt die Commerzbank hier in einer Analyse, Zinssenkungen signalisiert, aber eben noch nicht für März. Wenn es jetzt nicht März ist, dann wäre, wie gesagt, die nächste Sitzung erst am 1.5. Das heißt, wir hätten, naja, fast ein halbes Jahr, sagen wir mal vier Monate, gut ein Dritteljahr, hätten wir noch mindestens diese Zinsen, wie wir sie jetzt haben. Das haben sich die Märkte irgendwie anders vorgestellt. Da ist man ja teilweise von sieben Zinssenkungen bis acht Zinssenkungen ausgegangen im Jahr 2024. Und was auch interessant war, die FED hat gesagt, wir planen tiefergehende Gespräche über die Bilanzsummenreduzierung im März. Das heißt, auch vor März wird da nichts passieren. Bei der März-Sitzung wird möglicherweise noch nichts passieren. Das heißt, dieser Talk über ein verlangsamtes Tempo der Bilanzreduzierung, vielleicht muss man es so formulieren, der hat sich auch jetzt als früh eilig erwiesen, sodass wir aller Voraussicht nach, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, eben keine März-Zinssenkung sehen und eben auch das Quantitative Tightening der FED erst einmal so weitergeht. Und Markets have not been amused about that, wie der Angelsaxi sagt. Und wir sehen hier, der S&P 500 mal eben 70 Punkte nach unten gegangen um und bei einem halbes Billionchen an Marktkapitalisierung in wenigen Minuten verpufft. Naja gut, ist ja vorher auch ein bisschen was gestiegen gewesen. Hier sehen wir mal jetzt, was die Märkte erwarten. Gucken Sie mal in diese Zeile 1.5.2024. Das ist das dritte von oben. Wenn Sie da mal weiter rechts gucken, dann sehen Sie, für diese Sitzung, also Anfang Mai, da haben wir ja Feiertag, nicht wahr? Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um 25 Basispunkte gesunken sein werden. Bei 59 Prozent, nur 8,4 Prozent, dass die FED bis dahin auch die Zinsen dann unverändert lässt. Und sogar eine 31,7 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass die FED dann zwei Zinsschritte macht. Also ein halbes Prozent sinken würde. Und selbst solche Zinsbullen wie Goldman Sachs müssen jetzt sagen, ah, der Cheromi, der hat ein starkes Signal jetzt gegeben, dass die FED im März die Zinsen nicht senken würde. Also verschieben wir unsere Erwartungen jetzt mal in den Mai hinein. Das ist natürlich eine hochintelligente Aussage nach den gestrigen Geschehnissen. Schauen wir uns die Märkte an. Small Caps gestern schwer unter Druck, 2,6 Prozent. Nasentack unter Druck aufgrund den Reaktionen auf Microsoft, AMD und Google. Der Dow Jones noch der beste Index S&P, minus 1,6 Prozent. Dennoch der Januar deutlich positiv. Normalerweise ein gutes Zeugen für das Restjahr. Wie hier diese Grafik von Bloomberg gezeigt. Aber gestern hat es ganz schön die Techies erwischt. Wir sehen Microsoft unter Druck. Google über 7 Prozent verloren. Selbst nie wieder hat 2 Prozent verloren. Und alles wird natürlich heute gucken auf die Zahlen von Apple, Amazon und Meta. Apple Marktkapitalisierung knapp 3 Billionen. Amazon 1,6 Meter etwa eine. Also da sind wir schon mal bei 5,5, 5,6 Billionen an Marktkapitalisierung. Was da heute dann auf dem Spiel steht. Wenn wir uns diese großen Tech-Aktien mal seit Anfang Januar anschauen, sehen wir nie wieder ganz vorne mit 24 Prozent. Meta dann 10 Prozent. Microsoft immer noch 5 und ganz hinten Apple und vor allem Tesa mit minus 24,6 Prozent. Also man kann eigentlich jetzt nur noch von den Magnificent Six sprechen, weil Tesla und Eleno erstmal raus sind. Wie geht es jetzt weiter beim S&P 500? Hier mal von Ron Walker diese Projektion mit zwei Varianten. Entweder es geht gleich saftig Rune und zwar bis zur unteren Begrenzung dieses Trendkanals, den wir oben jetzt getestet haben. Oder wir haben jetzt diesen Rücksetzer und dann, und das müsste dann Amazon, Apple und Meta heute liefern. Wir haben ganz, ganz tolle Zahlen und die Märkte steigen wieder mit dann nochmal einem neuen Hoch. Das wird interessant sein zu beobachten, was da passiert. Hier nochmal die Magnificent Seven. Schlechtester Tag seit Dezember 2022. Und das, obwohl daran Düttern ja fallen sind für Staatsanleihen. Wir sehen hier erst diesen Move nach unten mit den Geschehnissen um diese New York Community Bank. Dazu gleich mehr. Dann Erholung. Dann Cheromi-Aussagen. Bisschen nachdenken, bisschen nachdenken. Dann sind die Rendite der 10-Jährigen wieder auf 4% gestiegen, um dann aber wieder am Schluss ziemlich schnell, ziemlich heftig abzuverkaufen. Why is that the case? Warum passiert das? Fragt man sich. Meine Theorie ist, es hängt mit den Entwicklungen im Bankensektor zusammen. Und auffallend war gestern ja schon, dass die Fed diesen Passus, den man zuletzt immer drin hatte. Nämlich, dass das US-Bankensystem widerstandsfähig und gesund sei. Blablub. Das ist rausgefallen aus dem Statement. Zero Hats sagt, naja, warum sagt jetzt die Fed nicht länger, dass das Bankensystem gesund und resilient sei? Entweder, weil es das nicht ist, was ohnehin schon alle wussten. Oder es war nur eine Lüge, um die Leute sozusagen auf die falsche Fährte zu bringen. Ich glaube, beides ist wahrscheinlich der Fall. Du musst einfach als Notenbank irgendwie sagen, nein, macht euch keine Sorgen, Kinder. Alles ist gut. Auch wenn natürlich nicht alles gut ist. Und das sehen wir jetzt auch in Asien zum Beispiel. Wir hatten ja gestern diese New York Community Bank Corp. Aktie komplett abgestürzt, weil man Dividende gekürzt hat. Hier diese New York Community Bank Corp. hat ja Signature gekauft. Diese Pleitebank ist dadurch in einem anderen regulatorischen Level angekommen. Aber man hat vor allem Verluste bei Gewerbeimmobilien. Und das ist nicht die einzige Bank auf der Welt natürlich. Jetzt hat eine japanische Bank gemeldet. Wir haben ein bisschen was für Lust gemacht. Die Aktie dieser Bank nehme ich auch so. 20% im Minus, weil man offenkundig Verluste hat im Bereich Gewerbeimmobilien. Genauso wie diese New York Community Bank Corp. Und siehe da, schauen wir uns mal diese Verluste der Aosoda an. Also diese japanischen Banken, da haben wir alleine an Non-Performing Loans, also an Kreditausfällen, wenn man so will, 719 Millionen Dollar. Das ist eine ziemliche Menge Holz, muss man sagen. Gestern dann noch ein Artikel erschien. Im Wall Street Journal, New York Community Bank Problems look mostly to be its own. Also, naja, das ist ja nur das Problem bei der Bank, also hier bei der New York Community Bank. Man vergleicht hier eben die Charts zwischen dem Regionalbankenindex und eben der New York Community Bank, die sich deutlich schlechter entwickelt hat. Glauben Sie davon? Kein Wort mehr, meine Damen und Herren. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich kann mich erinnern, in der Finanzkrise hieß es auch, damals als die ersten Bomben in die Luft flogen, Hedgefondsprobleme bekommen. Ah, das ist nur der. Macht euch keine Sorgen. Hier sehen wir ja, wie sozusagen in verschiedenen Städten, in verschiedenen Bundesstaaten der USA hier die Dinge problematisch werden. Der Gewerbeamobiliensektor ist hochgefährdet durch die Folgen von Corona. Zu viel Fläche, die jetzt von neu finanziert werden muss teilweise. Also die Firmen, die Vermieter müssen jetzt teilweise neu finanzieren. Und insgesamt haben wir ja das Problem im Bankensektor, dass da mal eben Stand Ende drittes Quartal 685 Milliarden Dollar in der Luft hängen, weil die Banken eben in Zeiten, als die Zinsen bei Null waren, Anleihen gekauft haben. Auch aus Vorgaben der Regulatorik. Es war also politisch und regulatorisch gewünscht. Jetzt haben aber im Folgesteiger der Rendite dann eben diese Anleihen an Wert verloren. Die Fed hat dann gesagt, sie könnte ja zu 100% Nennwert, also praktisch zu dem Kurs, wo er sie gekauft hat, bei uns hinterlegen. Das hat diese Bankenkrise letzten Frühjahr nochmal dann ein bisschen in den Zaum gebracht. Jeffrey Gundlach, Bond Guru, says Goldilocks talks makes him nervous. Die Märkte haben ja eigentlich die Beste aller Welten eingepreist. Zinsen werden sinken, Wirtschaft bleibt trotzdem super. Und überhaupt das Beste, was diese Welt nur so hergibt, das haben wir jetzt. Jeffrey Gundlach sagt, ich erwarte eine Rezession. Und zwar je länger die Zinsen hier oben hält, umso wahrscheinlicher ist diese Rezession. Er sagt hier, wir werden jetzt wahrscheinlich sehen, dass die Inflation nicht weiter runterkommt erst mal, sondern auf einem ähnlichen Niveau bleibt, was dieses Goldilocks-Szenario der Märkte zerstört. Heute nochmal Konjunkturdaten, ISM-Index, Manufacturing, wichtig. Also wie schaut es aus mit der Industrie, die ja schon, ich glaube, 20 Monate in Folge ist dieser Wert unter 50. Also schrumpfen, 16 Uhr, werden wir bei Finanzmarktwelt darüber berichten. Und die Frage ist auch mit der Inflation. Was ist diese Geschichte da mit den Houthis im Roten Meer? Jetzt hat die Deutsche Bank Red Alert gewarnt, seine Kunden. Tensions in global supply chains amid Red Sea crisis. Und heute Nacht haben die USA wieder mal die Houthis ein bisschen attackiert. Und man sagt, naja, hier diese Attacke auf Jordanien, auf diese US-Militärbasis in Jordanien, die sei durch eine irakische Gruppe ausgeübt worden. Fragezeichen, ist die jetzt unterstützt vom Iran? Ja oder nein? However, nochmal ganz zurück jetzt zu dieser Geschichte mit den Zinsen, Schulden und so weiter. Das Abgeordnetenhaus hat jetzt eine Bill durchgewunken, die bedeuten wird, dass die Schuldenaufnahme des US-Staates nochmal signifikant steigen wird. Etwa 140 Milliarden Dollar wird das Defizit dadurch nochmal gesteigert. Profiteure sind Firmen wie Boeing, General Motors, Deere, Caterpillar, also die Dickfische, wenn man so will, steuerlich. Das alles also jetzt praktisch nochmal als Neuverschuldung für Biden, der das wollte, ein Sieg. Die Republikaner haben sich nicht getraut, dagegen zu stellen, weil die Wirtschaft sagte, wir wollen das haben. Das war für die Republikaner ein schwieriges Umfeld, da jetzt gegen Sturm zu laufen mit hin. Also steigt die Verschuldung, das wiederum wird bedeuten, dass General doch mehr Geld aufnehmen wird. Also es ist eine einzige Freakshow. Schauen wir noch kurz nach China. Wir haben heute den Kaikshin Einkaufsmanagerindex gehabt, 50,8 Gewerbe, 50,8 wie erwartet. Also der Kaikshin, der eher kleinere Firmen erfasst, wenn der offizielle Einkaufsmanagerindex große und staatliche Firmen vorwiegend erfasst, ist also zumindest nicht geschrumpft. Wir sehen heute chinesische Aktien steigend, der Nikke dagegen fallend. Chinesische Aktien steigend, weil man Hoffnung hat auf fiskalischen Stimulus. Auch US-Companies werden jetzt etwas optimistischer für China. Aber schauen wir uns mal den Immobilienmarkt an, da haben wir neue Daten aus dem Januar bekommen. Und es ist so, dass die Verkäufe massiv einbrechen. Wir haben jetzt im Januar alleine einen Rückgang von 48 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Wir sehen also, es geht seit Monaten massiv bergab. Und solange es am Immobilienmarkt in China bergab geht, wird die ganze Geschichte für das Reich der Mitte schwierig bleiben. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Hier diese Geschichte mit dieser japanischen Bank, die plötzlich jetzt unter Wasser ist, mit ihren Positionen in Gewerbeimmobilien. Was da genau der Fall ist, erste Empfehlung, Gewerbeimmobilien, ist das der Beginn einer neuen Bankkrise. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, ein Hedgefund mit 2000 Prozent Hebelwirkung, ist jetzt im Visier der EU-Aufsichtsbehörde. Und raten Sie mal, in was dieser Hedgefund investiert, in Gewerbeimmobilien. Hurra, Hauptsache wir haben einen 2000 Prozent Hebel, dann wird die Sache bestimmt gut gehen. Also diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage Servus, ciao.